Moin zusammen hier von der ProWing 2023 aus Bad Sassendorf. Es ist die erste ProWing nach Corona, die 11. insgesamt und für mich ist es sowieso die allererste. Deswegen bin ich sehr gespannt, was mich erwartet. Wie ihr vielleicht hört, ist schon ordentlich was los hier. Ich zeige euch so viele Flugzeuge wie möglich in der Luft und am Boden und natürlich gehen wir nachher auch noch ins große Messezelt und schauen mal, was die Aussteller dort zu bieten haben. Also viel Spaß bei dem Video. Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020